Ja, so. Aha. Das ist mal eine Mini-Arena, die ich gerade mal so hinklatsche. Jacke wie Hose. Ja, komm. Hier, weg. Weg. Ja, 1x3 bietet einfach zu wenig. Ja, ich muss sagen, so wenig jetzt auch nicht. Aber es ist halt, ich weiß nicht, vom Content her jetzt nicht so im Maximum. Weil es sich ziemlich schade finde. So, das geht jetzt so ungefähr auf eine Höhe, schätze ich mal. Mir egal. Egal, das ist halt eine hässliche Box. Ich mein, groß muss die Arena nicht sein. Ich hätte eigentlich auch nur mit Dings arbeiten können, hier mit Plattformen. Aber dann würden mich die anderen Gegner nerven, also von daher. So, wunderbar. Und das passt sogar... Perfekt. Wunderschön. Wunderschöne Arena, oder? Sehr ergonomisch, korrekt. So, jetzt gehen wir hier noch rein. Machen. Aus Ebenholtz. Au! Assi, ey. Ist genau da reingeflogen, gell? Nichts Besseres zu tun. Dankeschön. So. Hopp. Du, 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 du. Wo ich halt auch eine Türen machen könnte. Das wäre natürlich jetzt richtig romantisch. Egal. Du, 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 du. So, die Mega Arena mit hier übelst geilen Schild ausbessern. So. Alter, ist so lächerlich, was ich hier grad mache. So. Noch mehr. Ähm. Es hat auch keiner in die Kommentare geschrieben, dass die Arena total super ist, ja. Das ist total die super Arena. Total romantisch ist die Arena. So eine schöne Arena. Da fehlt aber noch was ganz bestimmt. Das fehlt da noch. Scheiße, ich kann es nicht machen. Ich wollte auch ein Lagerfeuer hin tun. Egal. So. Jetzt gehen wir hier runter. Machen gerade mal hier mit dem Holz. So. Sie ist total super. Ah, Eggie, dankeschön. Sie ist total romantisch, gell? Das ist... Das ist romantisch. So. Scheiße, Alter. Wie tief geht denn der Sch... Ey, was hab ich denn für ne Welt bitte hier? Was ist das? Und ich hab keine Fackeln mehr. Will ich mich verarschen? Ich hab doch Fackeln. Nein, ich hab keine Fackeln mehr. Lol. Ja, das ist natürlich super. Wir müssen natürlich ganz hoch in unsere super Arena. Ich hoffe, da unten ist jetzt noch ein... Dankeschön. Sehr romantisch. Ich weiß, mit Klipper könnte ich die Bomben auch Klebedinger machen. Aber egal jetzt. So. Wunderbar. Und jetzt, theoretischerweise, müssten die zwei Bomben das jetzt zerstören. Und dann müsste der Weltenfresser aufwachen. Und warum kommt da so ein blöder Wurm? Oh mein Gott. Jetzt. Konso. Beweg deinen fetten Arsch nach oben. Beweg deinen fetten Arsch nach oben. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh. Scheiße. Beweg deinen fetten Arsch nach oben. Nein. Nein. Was mach ich? Alter, ich... Ich brauch grad nur Scheiße. Das ist ja grad peinlich. Was mach ich hier? Nee. Jetzt hab ich übelst verkackt. Ey, weißt du was? Dann zerstör ich dich jetzt so, ey. Das ist mir jetzt scheißegal. Dann zerstör ich dich halt so. In meiner Porno-Arena hier. So. Komm. Arschloch, ey. Das muss ich mir nicht anhören, hier. Das muss ich mir nicht anhören, hier. Das ist die Mega... Hehehe. Alter Schwede. Was war denn das für ein Fail? Egal. Ich Granaten hätte. Ich würde jetzt ohne die Fresse feuern, ey. Ah, meine Herren. Ist das Ding stark. Alter. Das ist... Ich kann eigentlich stehen bleiben. Die Arena ist super glücklich. Die ist leck. 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 Die ist leck. Warte. Warte. Der. So. Motherfucker. Der wird schon zu seiner Salami hier verarbeitet. Oh, ist das schön. Oh, ist das schön. Oh, ja, 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 ja. Das ist schön. So. Der zweite Boss ist schonmal mit Only Jojo zerfickt worden. Das ist sehr romantisch. Wieder eine Muskete mit 3 und 3. Sie schaden sogar. Das ist so schön. Die Shoveling Station, die würde ich halt gerne mal nutzen. Aber wir haben eine Lichtquelle, obwohl ich das Herz besser finde. Obwohl, sie haben es, glaube ich, sogar gefickt. Das ist jetzt... Gefickt, genau. Gefixt. Dass es sogar... Relativ wieder schnell ist. So. Dann gehen wir gerade mal zurück. Das Problem ist, ich habe leider... Er hat doch 10 verfaultes Fleisch, habe ich. Ähm. Jo. Kollege, es tut mir leid. Ich muss das gerade mal kaputt machen. Ja, geil, macht Spaß, da deinen fetten Arsch zu platzieren. Ich muss nämlich gerade mal hier, bitte... Scheiße. Puh, 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 puh. Da noch ein bisschen Stein. Jetzt müsste ich mir theoretisch ein Oewelein machen können. so Dämonitbahn müssen nämlich jetzt ordentlich welche rausgekommen sein, weil ich ja eigentlich ja noch vom scheiß Auge noch welche habe, hier wunderbar, das müsste jetzt nämlich reichen mal leise, guck da der scheiß, braucht keinen Schwanz so 67 Kopfteil, Brustpant ja, das war mir nämlich irgendwie klar jawohl, brauchen wir den Effekt was ist denn, ah, eine kritische Treffer ah, eine kritische Treffer ist schon sexy deswegen machen wir wahrscheinlich auch so viel Nahkämpftempo und Nahkampftempo, wurde mir nicht irgendwie gesagt, dass das irgendwie mehr Schaden macht alter egal, die Spitzungen müssen wir uns auch noch machen die mal weg jetzt ja, Schattenschuppen fehlen uns halt gerade jetzt aber wir sind theoretisch schon bereit um die nächsten Nacht dann auch Skeleton direkt zu knacken und dann läuft das ach stimmt, ich muss aber noch Schattenschuppen, ich brauche da glaube ich 10 für kann das sein oh, verarsch mich nett so, warte mal jetzt kurz es gibt einen Hammer, es gibt ein Schwert es gibt einen anderen Scheiß es gibt ein Öwelein es gibt auch hier, das nehme ich noch Kaktus kannst du wegwerfen schnell Stable habe ich nicht du hast mal gerade hier ein paar Sachen wieder rein wie hier so Bahnen, ganze Kram verdirbte Saat auch schon alles nett hier, Feuerpfeile weg damit ich weiß, mein Inventar ist wieder ähm super geordnet nicht aber naja, dann müssen wir durch was soll ich machen und ich dachte was, Minderjährige gucken deine Videos und du nimmst heute wohl gerne Ausdrücke in den Mund ja, hab ich versehen Goldcoins Ablege ne, die kommen ja noch in die Piggybank stimmt, das wollte ich jetzt noch machen die kommen ja noch in die Piggybank so noch zack zack sind jetzt schon so kleine Rich Bitches ein bisschen was wir aber auch machen können ist ein dieser Tränke schlucken weee so, jetzt muss ich mal die Mathekarte gucken wie weit ich geflogen bin okay, so müsste eigentlich die perfekte Höhe sein, oder? äh ja okay kann die Minikarte anschalten so, damit sehe ich es jetzt besser ah zu hoch, zu hoch, zu hoch, zu hoch, zu hoch so oh, Schuhe wie du ich wäre so gern wie du nein, nicht wie du weg komm, 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 komm Bob, sag du lustigerweise dieser ganze Stream der kann, kommt so schnell auf YouTube das glaubst du nicht weil ich da wirklich nicht viel bearbeiten muss was weiß jemand hier, wie ich was über Mod machen lernen kann du meinst jetzt per T-Shop und Tappi willst du Mod schreiben für Terraria, oder was? per Tappi und Dings könntest du sogar minimal schon Items erstellen aber wenn du ja natürlich jetzt so größere Skripte haben willst also solche neue Bosse mit neuen AI's und so'n Kram oder World Generator habe ich davon ziemlich wenig Ahnung also Tappi und T-Shop an T-Shop war der ältere der neue Tappi jetzt hier sind halt Mods um anderen Leuten das Modden einfacher zu machen oder zu erleichtern sagen wir es so vielleicht bei Google ist dann Freundenhelfer also ich weiß nicht ob hier jemand drin ist der sich damit auskennt letztes Mal war einer drin der gesagt hat dass er Interesse hat da war ein bisschen was zu coden weil er auch schon C++ und so weiter schon beherrscht aber naja kann ja sein so jetzt alter es kann noch nicht sein wir finden keine einzige Himmelsinsel bin ich zu hoch oder was? ne eigentlich nicht wenn nicht sieht man den nämlich auch schon oder war ich echt zu hoch ich hatte hier jetzt der Witz des Tages wenn ich zu hoch gewesen wäre möchte ich mich verarschen hier muss doch irgendwo eine Himmelsinsel sein hier ist keine einzige Himmelsinsel what the fuck ist der Sonic da müssen jetzt alle da sein ja geil das beschissenste Himmelsinsel die es gibt da hätten sie auch noch eine Truhe drauf bappen können oder so na ich bin nämlich gleich am Arsch wenn es weiter geht 11 Sekunden noch ich habe den zweiten Trank nicht dabei oh yeah ne ich muss den zweiten nämlich auch gerade schlucken ich will unbedingt scheiß Himmelsinsel haben wenigstens irgendwie keinen Fallschaden mehr zu kriegen oder so das wäre sehr cool so jetzt fliegen wir nämlich auch noch schneller das ist gut super Welt ja auf jeden Fall die Welt ist klasse die ist auf jeden Fall der wahre wahre Wunder hier endlich äh nein so und jetzt ja nichts besseres zu tun ey ja komm wir könnten auch schon mal eine große Habienfeder troppen bitte so in der Hoffnung jetzt was Gutes zu finden nein wir haben nur Scheiße gefunden weil die Sternenwut geiles Schwert ist sogar mörderisch also richtig geiler Buff sogar drauf aber darf ich ja nicht nutzen kann ich mir ein Bobbel schieben da war eine Wassertruhe willst du mich verarschen jetzt ernsthaft okay da haben wir noch einer da ist wahrscheinlich jetzt der Ballon drin nicht das was ich will mit großer Wahrscheinlichkeit oder oder hab ich Glück oh ich hab mal Glück ich glaub's ja nicht so jetzt lieber noch gucken ob da hinten noch die dritte jetzt noch ist fuck auf alter so gucken ob da hinten jetzt auch die letzte ist ist da auch die letzte Himmelsinsel ich weiß nicht wo sind wir da nicht grad ey weißt du was ich jetzt einfach aus Witz versuche einfach so scheiß drauf finden wir halt die dritte Himmel sind sie jetzt nicht ist ja jetzt auch nicht weiter schlimm aber die Hälfte der Nacht ist schon gleich vorbei ah das ist ein bisschen kritisch das ist ein bisschen kritisch aber nur so ein bisschen aber naja wir schauen mal gell weil wir haben ja unseren werten Freund und Helfer einmal hier das ich weiß nicht ob das wirklich mehr bringt ich hab keine Ahnung ob das irgendeinen Buff bringt oder lol oh Armour Penetration hmm wir nehmen hier ein schönes Feuerchen das reicht für den tollen Bosskampf hier ey buddy geil stimmt ich hab ja noch meine Potion oh scheiße ich darf jetzt nicht oh mir hat Ries gelandet das ist sehr gut oh ne 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 komm du scheiße einfach mal drauf und mach jetzt nochmal Skeletten ja die Hände ja die Hände ja die Hände